Ich bin Finn von Bitcoin einfach erklärt und ich möchte heute eine Behauptung präsentieren, warum Alameda Research insolvent sein könnte. Diese Behauptung, die kommt nicht von mir, sondern von Dirty Bubble Media. Seinen Beitrag, den verlinke ich für euch unten in der Videobeschreibung. Kurz vorab müssen wir klären, was ist Alameda Research überhaupt. Alameda Research ist eine tolle und innovative Firma, die in Blockchain Assets investiert, die also Krypto-Trading betreibt. Wenn ihr euch dafür interessiert, was Trading genau ist und warum das so unfassbar wichtig für die Menschheit ist, dann kann ich euch oben rechts dieses Video von mir verlinken. Da erkläre ich nochmal genauer, warum Trading so unfassbar toll ist. Gründer von Alameda Research ist Sam Bankman-Fright. Sam Bankman-Fright, den kennt man vielleicht, denn der ist nicht nur Gründer von Alameda Research, sondern eben auch von FTX. FTX ist eine der größten Krypto-Handels-Plattformen. Sam Bankman-Fright ist in diesem ganzen Krypto-Bereich eine relativ bekannte Figur. Er ist nicht nur dafür bekannt, dass er sehr kreative Schleifen bindet, sondern eben auch dafür, dass er sehr intelligent sein soll und gleichzeitig ist er ein sehr spendabler Wohltäter. Zu dieser Krypto-Handels-Plattform FTX gibt es noch ein FTX-Token. Dieser Token ist sehr, sehr wichtig und wird von der Krypto-Handels-Plattform FTX ausgegeben, wurde quasi aus dem Nichts erschaffen und wie man sich wahrscheinlich denken kann, ist der Gründer einer der größten Krypto-Handels-Plattformen nun mal sehr, sehr gut bewandert, was Bitcoin angeht. Er behauptet nämlich, dass Bitcoin überhaupt nicht als Zahlungssystem funktionieren kann, weil das viel zu langsam sei. Das haben wir schon öfter gehört, aber eben von Leuten, die sich überhaupt gar nicht mit Bitcoin und Krypto auskennen. Sam Beckman-Fright, der nun mal so groß im Krypto-Bereich vernetzt ist und so eine total intelligente Person sein soll, entweder weiß der einfach nicht, dass das Lightning-Network existiert. Mit diesem Lightning-Network kann man nämlich Bitcoin-Transaktionen in Echtzeit kostenlos und anonym tätigen. Damit ist Bitcoin schneller und besser als jede andere Kryptowährung. Entweder weiß Sam Beckman-Fright einfach nicht, dass dieses Lightning-Network existiert oder Sam Beckman-Fright möchte, dass wir auf seiner Krypto-Handels-Plattform einfach ein paar Shitcoins kaufen, weil die ja viel besser funktionieren als Bitcoin und viel, viel schneller sind. Ich glaube natürlich ersteres. Und jetzt gibt es eben die Behauptung, dass Alameda Research insolvent sein könnte. Dafür gucken wir uns einfach mal die Vermögenswerte von Alameda Research an und wir können sehen, das Portfolio von Alameda Research besteht fast zur Hälfte aus diesem FTX-Token, was ja sehr witzig ist, denn Sam Beckman-Fright, dem gehören halt Alameda Research und FTX, also diese Firma, die diesen Token ausgibt. Und gleichzeitig hält Alameda Research noch zu ungefähr 25% irgendwelche anderen Kryptos und auch zu, sagen wir mal 10%, den super tollen Coin Solana. Vielleicht habt ihr schon mal von Solana gehört, das ist ein absolut toller Token, der auch sehr, sehr dezentral ist und der ist so dezentral, dass Solana schon 8 Mal ausgefallen ist, alleine im Jahr 2022 und natürlich so eine dezentrale Blockchain, die kann man einfach anhalten und ja, darüber hinaus hält FTX, wie gesagt, auch noch eine Menge andere Shitcoins, darauf gehen wir später noch genauer ein und wie wir klar sehen können, besitzt Alameda Research einen sehr großen Anteil der FTX-Token, ungefähr 6 Milliarden Dollar an Wert und diese FTX-Token, die werden wie gesagt von der Kryptohandelsplattform FTX ausgegeben und diese Coins, die machen ungefähr 88% des gesamten Eigenkapitals von Alameda Research aus. Und jetzt stellen sich vielleicht manche Leute die Frage, wie kann ich von diesem ganzen Kryptohype profitieren? Alle Leute reden von Blockchain, da kann man bestimmt ziemlich einfach und ziemlich schnell reich werden und sich große Schneeballsysteme aufbauen, wie könnte man das am besten machen? Das erklärt uns Sam Bankman-Fright in diesem Interview hier. Auf jeden Fall gibt es da eine tolle Taktik, wie man so ein tolles Krypto-Schneeballsystem aufbaut und zwar erschafft man einfach so irgendeinen wertlosen Token, der komplett zentralisiert ist, man gibt also ein Wertpapier aus und sagt aber, dass das alles total dezentral sei, weil es ja auf Blockchain basiert und dann kann man nicht so leicht nachweisen, dass das eigentlich nur eine zentralisierte Datenbank ist, dass man einfach nur ein Wertpapier aus dem Nichts erschaffen hat und als Beispiel für so einen Schneeball-Ponzi-Token nehmen wir einfach mal den FTX-Token zum Beispiel. Hat jetzt gar keinen Zusammenhang, aber ich bin einfach nur so ausgedacht, könnte jeder andere Token natürlich sein und wir erschaffen also irgendeine wertlose Kryptowährung wie den FTX-Token und was jetzt ganz wichtig ist, wenn ihr eure eigene Zentralbank seid, also wenn ihr einfach irgendeinen Token aus dem Nichts erschafft, dann müsst ihr unbedingt euch einen großen Anteil dieser Tokens sichern, ganz ganz wichtig und wenn ihr einen großen Teil dieser Tokens bereits habt, dann nehmt ihr einfach die Euro- oder Dollar-Einlagen eurer Kunden, die halt eben in irgendeinen Krypto-Hedgefall investieren, rein beispielshaft nehme ich jetzt hier einfach mal Alameda Research, ist auch nur ein reines Beispiel, hat nichts mit der Realität zu tun und dann nehmen wir eben dieses Geld von den Kunden, kaufen damit unseren eigenen Token, schaffen damit einen kleinen Hype, denn der Preis steigt, der Preis vervielfältigt sich, das ist ja super, Leute springen auf diese Kryptowährung auf und denken sich, wow, das wird das neue Bitcoin und so weiter und so fort und dadurch entsteht ein Hype und das Tolle ist ja, wenn wir selbst die meisten Tokens besitzen, das heißt, dass diese Tokens gar nicht gehandelt werden können, das bedeutet, dass die Liquidität am Markt sehr gering ist, das heißt, dass auch mit wenig Geld der Kurs relativ stark steigen kann, das ist super, weil dann entsteht noch mehr Hype und noch mehr Leute investieren in deinen Ponzi-Schneeball-Token und jetzt hast du auf einmal ein milliardenschweres Unternehmen, weil du nun mal in irgendwelche komischen Coins investiert hast, die jetzt extrem im Wert gestiegen sind und da du nun mal jetzt so ein milliardenschweres Unternehmen hast, kannst du noch mehr große Investoren an Land ziehen, dann kann man nämlich auch noch irgendwelche tollen Pensionskassen oder so überreden, dass die jetzt eben auch in deinen tollen Hedgefonds investieren, um dort ihr Geld anzulegen und mit diesem selbst erschafften Reichtum und diesen ganzen Investoren, die du anlockst, damit kann man jetzt eben ganz toll einfach zum Beispiel pleitegehenden Konkurrenzunternehmen aufkaufen, wie zum Beispiel Voyager oder Celsius, gleichzeitig kann man mit diesem Geld natürlich auch noch irgendwelche großen Stadien kaufen und die nennt man dann eben so wie die eigene Kryptohandelsplattform, damit man noch mehr Marketing betreibt, damit noch mehr Leute über Krypto reden und über dein tolles Unternehmen und damit man selbst auch noch etwas Prestige abbekommt, wenn man doch solche tollen und wertvollen milliardenschweren Unternehmen gründet und aufbaut, dann kann man auch ruhig irgendwie so ein paar Artikel über sich schreiben lassen, wo man dann als Samariter besungen wird. Ich meine, es ist ja quasi die Definition von Altruismus, wenn man einfach ein Schneeballsystem aufbaut, an dem man sich bereichert und dann sagt man, ja, den Großteil des Geldes, den ich hier mit diesem Schneeballsystem gemacht habe, das spende ich dann irgendwann mal, dann ist man nicht nur reich, sondern ist auch noch eine total tolle Person, die sehr viel Prestige genießen darf. Das ist natürlich ultra altruistisch und mega auf dem Boden geblieben, aber leider gibt es da ein kleines Problem, denn Alameda Research, die besitzen wie gesagt ungefähr 6 Milliarden Dollar an FTX-Token. Wie wir sehen können, sind leider nur circa 3 Milliarden US-Dollar an FTX-Token überhaupt zur Verfügung. Wir können uns ja mal angucken, wie die Besitzverhältnisse von diesem FTX-Token aussehen und wie wir sehen können, besitzt eine einzige Adresse alleine fast zwei Drittel der gesamtverfügbaren FTX-Token und wenn wir jetzt noch die weiteren 9 reichsten FTX-Adressen mit einbeziehen, dann können wir sehen, dass die größten 10 FTX-Adressen über 93% der gesamtverfügbaren FTX-Token halten. Wenn wir uns jetzt angucken, wie viele aktive Nutzer existieren, dann können wir sehen, dass täglich keine 200 Leute diesen FTX-Token nutzen und aus irgendeinem Grund gab es mal im August einen einzigen Tag, wo sich einfach mal 10.000 Leute entschieden haben, diesen FTX-Token zu nutzen, einfach so aus dem Nichts und danach nie wieder, passiert einfach mal so, kann gut sein und wir gucken uns einfach mal an, wie es so mit anderen Kryptowährungen aussieht, zum Beispiel Chainlink. Chainlink hat täglich ungefähr 2.000, 2.500, 3.000 oder mal 1.500 Nutzer, aber deutlich mehr Nutzer als dieser FTX-Token und das, obwohl beide Kryptowährungen effektiv von der Marktkapitalisierung her fast gleich groß sind, auf jeden Fall scheint Alameda Research ein kleines Problem zu haben, denn diesen FTX-Token, den scheint absolut niemand zu nutzen und auch niemand nutzen zu wollen. Gleichzeitig besitzt Alameda Research eben einen gigantischen Teil dieser FTX-Token. Kann es vielleicht sein, dass Alameda Research diesen nutzlosen FTX-Token einfach so im Preis aufgepumpt hat, wie so ein Schneeber-System und diesen aufgepumpten Vermögenswert dann als Hebel genutzt hat, um noch mehr Geld verwenden zu können, um damit die Kryptohandelsplattform FTX weiter aufbauen zu können und noch mehr Werbung betreiben zu können? Ich glaube nicht. Auf dem Papier mag Alameda Research halt eben ein sehr hohes Vermögen haben, aber es ist unmöglich für sie, dieses Vermögen auch wirklich zu realisieren, weil dieser Coin nun mal eben kaum gehandelt wird und keiner diesen Coin kaufen möchte, würde ein großer Verkaufsdruck diesen Coin effektiv sehr, sehr schnell auf Null fallen lassen und die Vermögenswerte von Alameda Research sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark dezimieren. Darüber hinaus hat Alameda Research, wie ich bereits gesagt habe, auch noch zu ca. 25% irgendwelche anderen tollen Kryptowährungen. Tja, was sind das wohl für andere Kryptowährungen, kann man sich fragen. Das sind alles richtig, richtig tolle Projekte, da hat Alameda Research wirklich beste Arbeit geleistet. Die haben ihren Namen alle Ehre gemacht und richtig gut recherchiert und sich die besten Shitcoins der Welt ausgesucht, so zum Beispiel auch Maps. Das ist ein Coin, der auf Platz 858 der Kryptowährung ist und ja, wir können sehen, dieser Token, der geht einfach nur steil nach oben. Ein super tolles Investment. Diese Coins werden auf jeden Fall ein Vermögen wert sein. Zum Glück besitzt Alameda Research sehr, sehr viele von diesen Coins, teilweise auch wieder mehr, als überhaupt am Markt existieren. Genau das Gleiche mit Oxygen, das ist ein sehr, sehr toller Token oder Coin. Der ist auf Platz 1249, weil er einfach so unfassbar underrated ist. Der ist total hilfreich und total toll. Das hat Alameda Research eben erkannt und wir können sehen, das scheint auch wirklich einfach nur noch steil nach oben zu gehen. Sehr, sehr viel Bewegung und sehr, sehr viel Liquidität am Markt. Es war also eine sehr, sehr schlaue Entscheidung von Alameda Research, sich diesen Coin zu kaufen. Und Bonfida ist auch noch eine sehr, sehr tolle Kryptowährung. Hier genau das Gleiche. Dieser Coin scheint genauso wie die ganzen anderen Coins von Alameda Research einen gigantischen Use Case zu haben. Sehr, sehr gute Entscheidung von Alameda Research auf jeden Fall. Und das heißt, Alameda Research hat halt eben nur künstlich aufgeblähte Shitcoins in ihrem Portfolio, die eigentlich effektiv so gut wie gar nichts wert sind, die keiner haben möchte, die keiner nutzt. Einfach nur gescheiterte Altcoin-Projekte. Da diese Coins aber zum Glück alle so extrem aufgebläht sind, besitzt Alameda Research auf dem Papier 14,6 Milliarden Dollar. Können sie diese Coins auch wirklich verkaufen? Ich glaube nicht. Tja, die Frage ist jetzt, wie soll Alameda Research die Kredite, die sie aufgenommen haben, im Wert von ca. 8 Milliarden Dollar zahlen können, wenn alles, was sie haben, nur wertlose Shitcoins sind? Böse Zungen behaupten, dass Alameda Research gerade ziemlich in der Tinte steckt. Die sind quasi ziemlich exakt in derselben Situation wie Celsius damals, die halt eben damals ziemlich krass pleite gegangen sind und sehr, sehr viele Kunden komplett bankrupt gemacht haben. Die Frage ist jetzt, trifft das eben auch auf Alameda Research zu? Hm, man weiß es nicht. Es wird auch behauptet, dass Sandbank Manfred mit Celsius zusammengearbeitet hat. Wir wissen ja, dass Sandbank Manfred ein großer Experte ist, was Ponzi-Systeme angeht. Da scheint er schon Tipps gegeben zu haben und genau erklären zu können, wie das auch wirklich funktioniert. Sollte das also alles wahr sein, dann könnte es gut passieren, dass Alameda Research pleite geht oder beziehungsweise schon pleite ist. Ob und welche Auswirkungen das auf FTX hat, das wissen wir derzeit noch nicht. Das muss ich noch herausstellen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Das ist natürlich keine Anlageberatung, aber ich kann euch so wie immer nur sagen, alles andere außer Bitcoin ist einfach unnötig. Es funktioniert nicht. Es sind einfach nur Leute, die sich bereichern wollen. Das sind einfach nur Leute, die betrügen. Die bringen einfach wertlose Wertpapiere raus, die dann einfach aufgeblasen werden, wo sie sich dann selber daran bereichern und sich in den Himmel loben lassen. Die einzig relevante Erfindung in diesem ganzen Kryptobereich, das ist Bitcoin. Und zwar nur Bitcoin, keine andere Kryptowährung, auch nicht irgendein anderer Altcoin. Und wenn ihr euch Bitcoin kaufen wollt, dann müsst ihr euer Bitcoin unbedingt auf eurer eigenen Wallet halten. Deswegen mache ich auf meinem Kanal auch immer Werbung für Relay. Relay ist meiner Meinung nach die beste und auch einfachste App, um Bitcoin zu kaufen. Ihr könnt dort auch einen Bitcoin-Sparplan errichten. Und das Besondere bei Relay ist, dass wenn Relay mal pleite gehen sollte, ist das kein Problem. Ihr könnt euch einfach jede andere App runterladen und dort eure zwölf Wörter eingeben und habt dann wieder Zugriff zu eurem Bitcoin. Ihr habt bei Relay also quasi einfach nur eure eigene Wallet. Relay sendet euch, sobald sie das Geld von euch erhalten, einfach die entsprechende Menge Bitcoin an eure Adresse. Das heißt, Relay besitzt nicht den Zugang zu eurem Bitcoin, den besitzt ihr. Und das ist eben das, was bei Kryptohandelsplattformen nicht der Fall ist. Dort müsst ihr einfach darauf vertrauen, dass diese Kryptohandelsplattformen eben nicht pleite gehen. Aber das tun sie halt immer wieder und dann habt ihr im schlimmsten Fall euer komplettes Geld verloren. Das ist nicht so cool, deswegen verwaltet unbedingt eure eigenen Bitcoin, nutzt am besten solche Apps und Services wie Relay. Und grundsätzlich gibt es bei Relay 2,5% Gebühren. Diese Gebühren könnt ihr aber auf 1% reduzieren, wenn ihr meinen Code BEE nutzt, wenn ihr Transaktionen von über 100 Euro tätigt und ihr einen Sparplan anrichtet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.